Herr Gassert, Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, einerseits und das Thema Bankenunabhängigkeit, Liquidität, Liquiditätsreserven schaffen, andererseits sind ja so die wichtigsten strategischen Ziele, wenn es um die Zukunftsfähigkeit und eine zukunftsfähige Ausrichtung von Unternehmern geht. Wie kann das unabhängige Versorgungswerk hier beitragen? Das unabhängige Versorgungswerk kann insofern was beitragen, dass durch uns sehr, sehr hohe Renten sichergestellt werden können für den Mitarbeiter, die seinesgleichen suchen. Die Renten sind in der Regel zweimal, dreimal oder noch höher wie die normale Lösung, die Versicherer anbieten. Dadurch habe ich eben neben dem normalen Gehalt eine sehr, sehr gute Vergütung, was den Mitarbeiter eben mehr zufriedenstellt wie andere Lösungen. Das Unternehmen erhält darüber hinaus 1500 Euro im Jahr und mehr pro Mitarbeiter, der an dieser Betriebsrente dann teilnimmt. Dadurch kann sich eben das Unternehmen zusätzliches Vermögen aufbauen und sich auch von Banken lösen, kann gegebenenfalls dann auch Kredite, Konkurrentlinien ablösen und letztendlich sich diese ganzen Zinsen, die normalerweise dann gezahlt werden, im Unternehmen belassen, praktisch als Gewinn und dadurch eben immer mehr sich von den Banken nach und nach lösen.